»The Holdovers« erzählt die Geschichte eines vom Leben enttäuschten Lehrers, eines ungeliebten Schülers und einer trauernden Mutter, die zur Weihnachtszeit in den Siebzigern in einer Elite-Schule bleiben und sich gemeinsam zusammenraufen müssen, um sich zunächst widerwillig, dann aber immer offener gegenseitig menschliche Wärme zu spenden. Alexander Paynes entwaffnend charmante Außenseiter-Dramödie wirkt dabei nicht nur narrativ wie eine Filmgeschichte aus längst vergangenen Zeiten. Payne geht auch inszenatorisch komplett und kompromisslos zurück zu den Heralds und den Mords, den Kuckucksnestern und den Stadtneurotikern, und das so virtuos und federleicht, dass es nicht eine Sekunde lang wie eine eitle Fingerübung wirkt, sondern zu einem immersiven Erlebnis wird, zu einer Zeitreise, bei der irgendwann selbst der kontemporäre Kinosaal um 50 Jahre zu altern scheint, so perfekt ist die Illusion. Das alles wäre nur halb so wunderbar, wäre der Cast nicht so toll und involviert. Aber Paul Giametti und Dominic Sessa spielen die beiden tief einsamen Typen, die von der jeweiligen Lebensstation bis hin zum Alter so viel trennt und die doch irgendwann Seelenverwandte und eine Vater-Sohn-Dynamik im Gegenüber finden, die keiner der beiden gesucht und doch unterbewusst ersehnt hat, mit so viel überbordendem Herz, dass es hin- und mitreißt. Und die famose Derwein-Joy Randolph ist so mühelos ergreifend, daß die Tränen stetig, leise und durchgehend flossen, während ich sie beobachten durfte. Es gibt einen Moment, da geht sie in kürzester Zeit durch immens viele Facetten von Trauer hindurch, komplett wortlos, immens ergreifend. Allein für diese grob geschätzt zehn Sekunden hat sie für mein Dafürhalten dieses Jahr alle Preise verdient. Was nicht heißen soll, daß The Holdovers nicht auch immens heiter sein kann, ich habe seit Jahren nicht mehr bei einem Film so unvermittelt laut und komplett hilflos auflachen müssen, wie in einer ganz bestimmten Szene, Stichwort Weihnachtsgeschenk, aber über allem liegt ein melancholischer Schleier, der aber anders als bei anderen Filmen eine immense Wärme entwickelt, in die man sich direkt einkuscheln möchte. Gar nicht kuschelig, aber immens wichtig sind hingegen die erfreulich direkten Auseinandersetzungen mit Vietnam, am Reich Gefälle und Privilegien. All diese Wahrheiten nehmen dem Film nicht seine Schönheit, im Gegenteil, sie erden eine Geschichte, die einen Zusammenhalt im Trotzdem zelebriert. The Holdovers ist eine filmgewordene Umarmung, ein Cat Stevens-Song in bewegten Bildern. Ich möchte gar nicht so sehr hervorheben, wie gut dieses Werk ist, es ist in der Tat meisterhaft, viel wichtiger ist mir aber klarzustellen, so etwas durch und durch Schönes habe ich schon sehr lange nicht mehr im Kino gesehen. Ich möchte gar nicht mehr im Kino gesehen.